Okay, ich kann wieder Stuff durch die Brille sehen. So. Das bedeutet, dass ich sie aufsetzen kann. Und da einmal mein Gamepad holen kann. Bup! Und wir... Achso, wir sind ja in der Elfenbein-Zitade. Das stimmt. Äh, ja. Die Reise bis hierher. Tod reiste weiter und fand noch immer Verderben. Das Licht und die Höllenwache waren verloren. Aber Arafels Weisheit schiel hell in der Finsternis und bahnte allen den Weg. Guten Appetit, Keg. So, fortsetzen. Ich glaube, beim letzten Mal... Achso, stimmt, wir werden hier wahrscheinlich noch irgendwas bekommen. Und... Äh, achso, äh, ich wollte gerade spinnen. Ich habe wieder ein bisschen Monster Hunter World offline gespielt und... Äh, wann immer ich das tue, fange ich an, andere Steuerungen zu verwechseln. Genau, ähm... Wir waren hier kurz davor, höchstwahrscheinlich irgendwas zu bekommen. An tollem Stuf. Äh, das schaut mir aus, wie ich muss da später rein. Dann... Was, ich habe hier eine Kiste. Oh! Moin, Meli. Was geht ab bei dir? Äh, ich habe eine Kante gefunden. Soll ich denn da ran? Oh. Verlieskarte? Verlieskarte. Das war schmarrt von mir gemacht. Äh, achso, ich sollte jetzt hier... Hatte ich nicht? Warte, hier war noch ein Dreifhaken, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel läuft gerade nicht mit seinen kompletten FPS. Aber okay. Okay. Nehme ich so hin. So, da drüben sind Gegner, die ignoriere ich aber. Äh, stattdessen... Ne, wir haben hier jetzt einmal... Schwebt das Ding? Das Teilstüte, okay. Ihn Architekt hat gesagt, wir brauchen mehr schwebende Steine. So. Ach, jetzt muss ich hier einmal richtig parkour. Ah, nice. Das sieht mir nach Gegner aus. Äh... Was ist das? Achso, das war ein rachsüchtiger Geist. Okay. Äh... Das habe ich jetzt... So spät verstanden. Schön zu sehen, wie deine Gesichtszerknautschung so aussehen. Bei mir ist alles... Äh... Irgendwie noch zu sagen, aber irgendwie auch zu müde. Achso, irgendwie Bock zu zocken, aber irgendwie auch zu müde dafür bei dir. Ähm... Ich habe halt mal wieder 700 Jahre geschla... Oh Gott, was mache ich hier? Äh... 700 Jahre geschlafen. Ne, wie... Wie es bei mir üblich ist. Und dementsprechend... Äh... Ich bin wach. Und ich habe Bock zu streamen. So, jetzt muss ich... Also ich muss einmal ganz kurz mich hier draufstellen. So. Dann den Seelenteil da drücken. Das hört sich halt nochmal für mich an, als würde meine... Dose öffnen. Äh... Muss ich da runter? Oh. Kann ich hier auch irgendwo runter? Ne. Äh... Warum kann ich hier hoch? Soll ich hier da runter? Ich habe das Gefühl, ich soll hier runter und irgendwas tun. Oder auch nicht. Gut. Äh... Äh... Gehst du nicht zur Uni, Arm? Was? Äh... Äh... Ich habe heute verschlafen. Ach, das ist noch eine. Warum sollte ich mich hier draufstellen? Gehen wir mal hier rüber. Ich habe das Rätsel falsch gemacht. 14 Stunden Livestream. Äh... Äh... Heute nicht. Ich habe eine falsche Tasse gedrängt. So schlimm war das jetzt nicht. So. Was ich eigentlich tun sollte, wenn ich mich da drauf stellen, ne? Also meine Statue dorthin stellen. Den einen Geist dorthin. Dann mit dem anderen Quietschehosengeist hier rüber. Dann komme ich hier nämlich auf... Hier drauf und dann bewegt sich die Steinstatue runter. Dass hier jetzt kein Geräusch gemacht hat, weil irgendwie antiklimaktisch. So. Und dann kann ich den Seelenteiler wieder anwenden. Und hier wieder hoch. Dann habe ich den Raum geschafft. Sehr schön. So. Und jetzt einmal... Äh... Was? Au! Das fand ich jetzt nicht freundlich von dir. Warte, ich habe einen neuen Zauber. Wuhu! Die Klospülung ist hier! So. Sehr schön. Easy, genau. Okay, oh Gott. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Nebenbei. Muss aufhören. So, nimm. Kann ich das da einfach so dran werfen und passt das? Das passt. Sehr schön. Pascht. Es schaut ein bisschen aus, als könnte ich hier runter. Ist es hier zu holen? Darf ich hier wieder hoch? Danke. Das war ein schneller Rückweg. Gut, gut, dass ich das geklärt habe. Äh, so. Habe ich da oben gerade eine Kiste gesehen? Ich glaube, ne? So. Hier rein. Uiuiuiui. Uuuh. Uuuh. Upgrade. Guys. Okay, das war die Tür, die zugegangen ist. Hallo. Na? Uuuhu. Ne? Okay. Was habe ich jetzt bekommen? Also, ich habe die Portale bekommen. Den Lehrerläufer, genau. So, zwei Portale. Er ermöglicht es Töte. Er ermöglicht es Töte, zwei Portale auf besonderen Überflächen zu erzügen, die er sofort durchschröten kann. Ähm. Die Kamera ist etwas komisch eingestellt, oder liegt das an dir? Kameraführung vom Spiel. Äh. Wie meinst du das? Also, ich habe die Möglichkeit, die Kamera so zu bewegen. Wie ich Bock habe. Ähm. Hast du jetzt... Ah, okay. Idealerweise drauf zielen. Achso. Äh. Hier gibt es doch bestimmt noch wieder... Kann ich das aufladen? Äh. Ja. Kann ich. Fliege ich deswegen jetzt voll raus. Uuuh. Die haben auch den Effekt verbessert. Oh. Ja. Ich fliege deswegen voll raus. So. Äh. Hat er nicht gesagt, ich deaktiviere ein Portal? Wenn ich drauf ziele? Oh. Da habe ich mich verlesen. Es ging um LT. Nicht um RT. Gut. Äh. 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 Ruckelig schnell und so. Vielleicht bin ich es noch nicht gewöhnt. Äh. Eigentlich dürfte es nicht schnell und ruckelig sein. Das liegt dann höchstwahrscheinlich an mir. Was ich machen kann, ist einmal... Äh. Anti-Aliasing ausmachen. So. In der Hoffnung, dass das so ein bisschen besser wird, weil ich gehe davon aus, dass es einfach daran liegt, dass die CPU gerade ein bisschen ausgelastet wird. Was mir so jetzt auch noch nie passiert ist im Fortnite bei Darkseiders, glaube ich. Aber kannst du mal sagen, ob das jetzt besser geworden ist? Oder ob das gar keinen Unterschied gemacht hat oder sonst irgendwas? Och, hallo. Führt besser her, danke. So. Ja, ich habe... Komm ran hier, Engel. Äh. Ja, irgendwie das Gebiet insbesondere hat jetzt doch relativ große Probleme damit gehabt, dass ich, ähm... Vielleicht könnte da einmal rein. Äh. Dass die CPU so ein bisschen ausgelastet wird, was mich aber wirklich wundert. So, jetzt sind wir hier. Äh. Warte, ich muss was Zeug tun. Au. Dober Geist. Komm runter da. Bleib hier. Verlass mich nicht. Da, lass dich treffen. Äh. Das schaut mir aus, jetzt müsste ich hier lang. Oder? Muss ich hier da lassen? Hebel. Ich habe schon wieder automatisch noch fast irgendwas anderes aktiviert. Äh. Äh. Nein, ich renne da nichts dabei. So. Äh. So was würde ich nicht tun. Weil ich weiß, dass das zu viel ziehen würde an Leistung. Ich glaube, ich käme hier nicht mehr hoch. Dann gehen wir erst mal wieder zurück. Was ich auch nochmal machen kann, ist aber hier in den Optionen. Ähm. Entweder mal Schattenqualität, also Schatten ausstellen. So ein viel mehr. Achso, oh Gott, warum habe ich V-Sync an? Äh, nee. Okay, V-Sync ist aus. Was zum... Ach, da. Hm. Also ich gehe so auf die 50% CPU-Auslastung hoch. So. Äh. Äh. Ja gut, das ist aber jetzt, glaube ich... Okay. Ähm. So, da kann ich ein Portal hinstellen. Da kann ich ein Portal hinstellen. Upsa. Und. Funktioniert das? Kann ich einfach den Todesgriff jetzt anwenden und die Portale bleiben offen? Ja, kann ich. Guck mal. So, dann da einmal durchwerfen. Warum hat das jetzt gerade zu... Ich habe irgendein Rätsel gelöst. Yay, go me. Äh. So, ich kann nochmal ganz kurz... Das war die falsche Taste. So, in den Nährläufer wegen... Oh, das wird ja schrecklich, dass ich jetzt wieder mit Portalen denken muss. Dabei habe ich Portal doch schon seit Monat nicht mehr gespielt. So, jetzt habe ich das da kaputt gemacht. Was bringt mir das? Bringt mir das Gummipunkte? Oh, da ist ein Hebel. Moin Fetzen. Na, was geht ab bei dir? Hebel. Oh, Rückweg. Oh, große Kiste. Kann ich den Weg wieder zurücklaufen? Ich glaube, ne? Schaut zumindest so aus. Dann kommt Portal wieder. Äh. Das ist eine gute Frage. Ich... Hab so minimal vor, das Projekt heute vielleicht zu Ende zu machen. Todesengel ist... Oh. Der feurige Rat verlagte einst, dass die besten Schmiede des Himmels eine Rüstung für die vier Reiter schmieden sollen. Als Tribut für die Rolle der Reiter bei der Bewahrung des Gleichgewichts. Die Todesengel-Doppelsense wurde mit der Kraft des Lichts geschmiedet und heilt ihren Träger mit denen Schlagte ihn dagegen, seine Feinde führt. Cool. Oh, die ist sogar besser als alles, was ich gerade habe. Gib ihm. Anlegen. Ja, hübsch. Ja, hübsch. Nicht zu viel bei mir. Oh, ja. Ich kann mich wenig beschweren. Beklagen. Achso, jetzt muss ich den Weg wieder zurück, ne? Egal. Achso, ich könnte theoretisch... Warte, da kann ich ein Portal... Habe ich hier hinten irgendwo ein Portal, was ich sehen kann, was ich anvisieren kann? Das nehme ich mal als Schnür. Nun, dann laufen wir eben schnell zurück. Tun wir eben dies. Wupp. So, hier rüber. Wupp. Wupp. Und jetzt sind wir hier. So, aber ich merke halt selber, dass ich Framedrops habe. Oder, äh, nicht Framedrops, aber dass meine FPS so ein bisschen... Diepen. Was sie eigentlich nicht tun sollten. Uh, Goldbringer. Von einem unbekannten, aber wahrlich pragmatischen Geist. Der Sonne raubt der Goldbringer all jenen, die er trifft. Nicht nur das Leben, sondern auch noch ihre Münzen. Der Kling ist eine bekannte Weisheit eingraviert. Dem Sieger gebührt die Beute. Zwei sind sie denn auf einmal. Und die ist sogar noch mehr stärker als die, die ich jetzt habe. Ja, nett. Midas. Muss in der Cam liegen. Weiß nicht, es könnte halt sogar wirklich an der Cam liegen. Ich weiß nicht, wie viel die ausmacht. Ganz kurz so, damit ich sehen kann, wie die ausgefahren aussieht. Ja, ne? Ich weiß, was ich nutze. Wir sind willkommen bei Fashion Ciders. Ich meine, ähm, es gibt ja, oder es hat ja einen guten Grund, warum, äh, Zordel oder auch, äh, die Nase, einen Streaming-Rechner benutzen. Nö? Hübsches, äh, Schwert, äh, kein Schwert-Sensor. So, warte, äh, welche Taste? Die Taste. Legen, das ist nochmal ein, zwei, drei. Ja, so. Äh, den habe ich schon umgelegt, ne? Ich lege einfach nochmal um. Wenn das Ding sich jetzt wieder zumacht, okay, ja. Wie schnell das zugeht. Ist so, okay, du willst nicht. Aber für so ein Streaming, also zum einen wüsste ich, ähm, oder habe ich keine Ahnung, wie das mit einem Streaming-Rechner alles so funktioniert. Zum anderen habe ich nicht die Finanzen dafür. Ne, würde ich vielleicht in Zukunft, achso, ich runter, goddammit, was tue ich eigentlich mit meinem Leben? Oh, joink! Es gibt übrigens noch zwei Sachen, die ich in dem Spiel auf jeden Fall machen werde, also, ne, die ich bis zum Ende gemacht haben möchte. Äh, warum ist das Ding dazu? Das Gesicht verstöße eh gegen die Genfer-Konvention. Ja, ich weiß, tut mir leid. Achso, ich glaube, da ist ein... Hup! Ha! Wui, salty! Schnell Erlösung ausrüsten. Ne, ich habe hier wieder ein komisches Geistviech gehört. Da hinten ist schon wieder so ein, so ein großer, großer Block-Mist. Leg die Waffe weg, Cowboy! So! Da unten was? So viele fliegende Steine einfach. Fliegende Steine, fliegende Steine! Ich habe auch drüber... Oh! Was bist du denn? Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was du bist. Entschuldigung, ich nehme die Frage zurück! Ich habe deinen Namen noch nie gehört. Au! Au! Okay, Entschuldigung, du tust weh. Es tut mir leid, dass ich hinterfragt habe. Äh... Au! Au! I feed! Ist das dein Name oder ist das ein Job-Titel? Okay, äh... Es ist eine Job-Bezeichnung. Gut, dass wir das geklärt haben. Vielleicht können wir mal auf einen Kaffee uns treffen oder so. Du wirst wie eine sehr nette Frau, die weiß, was sie tun möchte und Flügel hat. Au! 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 Du bist ein bisschen schlimmer als Boob-Lady, muss ich immer anmerken. So, dementsprechend... Ich möchte darum... Bitte... Au! 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 Boob-Lady hat weniger Schaden gemacht. So! Heilen! Da ist ein Portal, die chillen da. Ah, da ist auch ein Portal. Puh! Äh... Nächste Woche kommt King of Hearts, meine ich. ich glaube am 29 also übernächste woche ich bin mir gerade unsicher definitiv will ich erst mal darüber nein ich schaue mich erst mal hier auf der seite um da darf ich nicht entlang gut haben wir das geklärt was ist das für eine tür ist das der weite weg komme ich von hier oder ich habe mich so ein bisschen verlaufen wir gehen dann gehen wir ein krankenhaus ja gegen dem harz machen ein kleines bisschen mehr spaß als krankenhäuser die sind lauter tote engel das scheint also der richtige weg zu sein asche ist da auch okay dann gehen wir doch uns erstmal da nochmal umschauen ich sollte den toten engeln folgen um so was auch immer hier zu gehen aber ich habe es vergessen zu kommen ja 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 wegen der abkürzung ich weiß alles gut ich könnte da theoretisch hoch wenn ich irgendwie so ein morphball finde welches portal verschwindet natürlich das hier da gibt es sonst nichts zu tun aber nein oder ist noch ein dritter zu dritt ist unfair von hinten ist auch unfair au das ist auch unfair hör bitte auf damit der hat ist dann locker ich bin sehr froh dass ich das spiel nicht auf einer höheren schwierigkeit spiele es wäre das wäre toll für euch hier hinter ist nichts versteckt spiel wirklich jetzt bin ich enttäuscht hallo mein name ist tod es soll keine bezeichnung dafür sein welchen status ich einnehme ich sehe euch halt wirklich nicht durch die krähen hindurch lach bitte nicht wenn wenn du lachst habe ich habe gerade angst gehabt dass ich irgendwo unterfalle komm erst mal raus aus der luft da mei mei ist voll unfair du kannst fliegen ich nicht welche schwierigkeit ich spiel gerade auf normal nach normal kommt schwer und nach schwer kommt apokalyptisch noch wo es natürlich wieder ein achievement dafür gibt dass man das spiel auf apokalyptisch schafft wo ist der richtige weg also lebensdrank kiste und ich bin sehr froh dass ich einfach nur bei schwer bin er bei normal bin weil ich bin ein bisschen zu schlecht für die art von spiel als er sich da irgendwie höher gehen kann ich bin sehr froh dass ich mir jetzt um die art von spiel als ich bin sehr froh dass ich mit mir bin hier ich bin ich bin